Ähnlich wie bei der Rechtschreibüberprüfung im Word, durchleuchtet Solibri ihre BIM-Modelle und macht sie automatisch auf Probleme aufmerksam. Stimmen die Wände? Check. Decken hören korrekt? Check. Passen die Lüftungsrohre? Check. Raumbuch eingehalten, hindernisfreies Bauen? Check. 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 Solibri baut auf offenen Standards wie IFC auf und ist in der Lage, dank der individuellen Anforderungsprüfung regelbasiert Qualitäts- und Normprüfungen durchzuführen. Navigieren Sie intuitiv durch die Modelle und leiten Sie gefundene Kollisionen und Regelverstösse den verantwortlichen Personen mittels offener Schnittstellen zu verschiedenen Plattformen weiter. Mit dem Swiss Package bieten wir lokalisierte Funktionen, welche für unterschiedliche Disziplinen Mehrwerte bietet. Für eine bessere Qualität in der Architektur sorgen Regelsätze, welche eine Plausibilitätsprüfung nach Schweizer Normen anbietet, wie die SIA 500, hindernisfreies Bauen, oder das Prüfen von Anforderungen an Parkierungen nach VSS. Weiter können geprüfte Ausmasse nach SIA 416 die Grundlage für präzise Kostenermittlungen darstellen. Mit Hilfe des Archicad direkt links steigen Sie schnell und einfach die Qualität Ihrer Modelle. Neben der Qualitätsprüfung des Tragwerks nach Best Practice können Sie Ihre Modelle auf Konkurrenz zum Referenzmodell des Architekten prüfen. Auch das Einhalten von Sperrzonen lässt sich in Solibri mit oder ohne entsprechendes Spezialmodell sicherstellen. Weiter erstellen Sie Ausschreibungsgrundlagen über Ausmasse nach NPK, beispielsweise für die Betonarbeiten. In der Gebäudetechnik führen Sie mit Solibri eine disziplinübergreifende Fachkoordination durch oder finden unterschiedlichste disziplininterne Konflikte. Konkret stellen Sie Mindestabstände zwischen Leitungen sicher oder prüfen spezifische Anforderungen, wie zum Beispiel, dass alle Sanitärräume entlüftet sind. Änderungen am Referenzmodell des Architekten können ebenfalls jederzeit nachvollzogen werden, um die Auswirkungen auf die Gebäudetechnik besser zu verstehen. Nutzen Sie das volle Potenzial unserer Kollisionsprüfung der nächsten Generation. Neben einzuhaltenden Mindestabständen zwischen Bauteilen wird auch der Aussparungsworkflow regelbasiert geprüft. Natürlich können auch Änderungen zwischen Modellständen transparent eingesehen werden. Mit dem BCF Live Connector synchronisieren Sie die gefundenen Probleme nahtlos mit unterschiedlichen Issue-Management-Plattformen. In der Kalkulation sind Sie auf verlässliche Mengen angewiesen. Um diese zu gewährleisten, greifen Sie auf Regeln zurück, welche sicherstellen, dass ein Modell die Kriterien zur Mengenermittlung erfüllt. Wir bieten Ihnen ein solches Regelwerk, das auf den eBKPH abgestimmt ist. Natürlich lassen sich die Modelle nicht nur prüfen, sondern Sie können die Mengenermittlung automatisiert umsetzen und verfügen über direkte Schnittstellen zu marktführenden Bauadministrationsprogrammen. Die Prüfcloud Powered by Solibri ermöglicht Auftraggebern und Behörden, ihre Modellanforderungen mit ihrem persönlichen Regelsatz von allen Planungsbeteiligten auf Qualität prüfen zu lassen. Die Ergebnisse werden automatisch in verschiedenen Formaten zur Verfügung gestellt, damit Planungsbeteiligte diese kostenlos einsehen können. Damit ein Projekt den Anforderungen an den Brandschutz gerecht wird, bieten wir Ihnen nach VKF-Standard lokalisierte Prüfregeln zu den Themen Flucht- und Rettungswege sowie Brandabschnitte. Weiter weisen Sie mit Hilfe von flexiblen Klassifikationen beispielsweise Ihre Anforderungen zu Luft- und Trittschall-verschiedenen Bauteilen zu. Diese Zuweisung lässt sich regelbasiert mit den effektiven Leistungswerten im Modell vergleichen. Sparen Sie Zeit und Ressourcen, denn Solibri erlaubt flexible Mengenermittlungen aus dem Modell, so dass genau zum richtigen Zeitpunkt Materialien bestellt und verbaut werden können. Weiter sorgt die regelbasierte Überprüfung von Absturzsicherungen, welche in Zusammenarbeit mit SUWA entwickelt wurde, für mehr Sicherheit auf der Baustelle. Als Schweizer Distributor bietet Ihnen die IDCAG alle Dienstleistungen zu Solibri aus einer Hand. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.